Seid gegrüßt. Ich spreche heute mit Sinans Woche. Er ist auch ein YouTuber, auch wesentlich größer als ich, über seine Konflikte mit den Woken, wie er das so einordnet und vor allem, wie er das mit anderen Bubbles, die es ja durchaus gibt, vergleicht. Also Sinan, wie bist du erst mal auf diese Woken aufmerksam geworden? Also welches Thema hast du da zuerst beackert? Also ich bin ja nicht auf die aufmerksam geworden, sondern die sind ja auf mich aufmerksam geworden. Ich glaube, so richtig durchgestartet oder unbeliebt habe ich mich gemacht, als ich mich natürlich in diese Transdebatte mit eingestellt oder mich mit eingestellt habe. Wie sagt man? Ich habe mich einfach dazu mal geäußert. Ja, das war, glaube ich, so mein erster Kontakt damit, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin auch sehr vergesslich, muss ich dazu sagen. Ja, und was hast du jetzt eigentlich gesagt? Also viele meiner Zuschauer werden dich vielleicht nicht kennen. Was war deine Position? Hast du da irgendwas Extremes zugesagt? Ja, die Extremposition, zwei Sachen waren es. Also auf dem Thumbnail hatte ich gesagt, Transfrauen seien keine Frauen. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst, dass das wie viel Sprengstoff in dieser Aussage steckt. Ich bin da so ein bisschen naiv an die Sache rangegangen. Und dann eben noch dieses mit den biologischen Geschlechtern, die Anzahl davon. Ich war eher so, also ich kannte den ganzen Background nicht. Ich wusste nicht, wie verfeindet da schon bestimmte Lager sind. Ich hatte das irgendwann mal so mitbekommen und ich war so, hey, Moment, man diskutiert jetzt darüber, wie viel Geschlechter es gibt. So, okay, interessant. Dann habe ich so ein bisschen mal durchgelesen. Und ich denke mal, die meisten sind dann irgendwie auf der Position, die erst mal so, der ist so ein bisschen verwundert, was es da auf einmal für Diskussionen gibt. Und dann habe ich ein bisschen selber recherchiert und habe dann so gedacht, ja, das kann doch nicht so kompliziert sein. Also das war wirklich gar nicht so irgendein böser Ansatz oder so. Ich dachte, ja gut, gehst du mal da rein und klärst mal irgendwie, so beruhigst mal die Gemüter und sagst, ey, das ist doch einfach nur das eine ist biologisch und das andere ist jetzt Geschlechterrollen, Identität. Also im Englischen ja der Unterschied zwischen Gender und Sex. und habe das eigentlich nur versucht, das mal so darzustellen und habe damit natürlich komplett in ein Westennest gehauen, was ich dann erst gemerkt habe. Also das war mir wirklich vorher gar nicht klar. Ja, also mir war vorher auch nicht klar, wie umstrittend dieses Thema war. Also ich bin auch von Prototopia und dann von dir, also ich bin durch Prototopia auf dich aufmerksam geworden, dazu gekommen, dass das, also was für Vorwürfe vor allem dazu gemacht werden, und dazu kommen wir ja gleich. Also es hat ja zuerst ein Streamer namens Decaldent auf dich reagiert. Was waren denn seine Vorwürfe? Genau. Ja, natürlich, klar, dass ich transfeindlich sei und das hat er dann in mehreren Videos dargelegt. Und ich hatte dann sozusagen noch die Chance, meinen Fehler einzugestehen. Also das ist dann so, meine Beobachtung ist, man hatte mal eine Chance nochmal. Also wenn man sagt zum Beispiel was, hat nicht viel drüber nachgedacht oder hat drüber nachgedacht, kommt aber zu einem anderen Schluss. dann kriegst du um die Ohren gehauen, was du alles bist. Und dann hast du genau eine Chance, alles, ja, dich zu entschuldigen, zurückzunehmen, das zu sagen, worauf man sich dann in dieser Bubble geeinigt hat. Und dann, glaube ich, kann man auch sozusagen, dann ist man so mit Bewährungsstrafe davongekommen. Wenn man das allerdings nicht tut, wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, ich höre mir das mal alles an, mache ich, ich höre mir das alles an. Wenn du dann aber den Schluss gehst und sagst, ich bin aber immer noch nicht überzeugt, dann wird es unangenehm. Also weil dann bist du halt aus ihrer Sicht unbelehrbar und damit, ja, dann fängt diese Freund-Feind-Zuschreibung an, die ich ja komplett ablehne. Ich denke mir dann immer, ich muss ja nicht bei jedem Thema mit jedem Menschen übereinstimmen. Ja, also ich sortiere nicht so aus. Ich denke nicht in solchen Lagern. Also wenn ich auch mal in meinem Freundes- und Bekanntenkreis darüber nachdenke, dann habe ich Freunde, die vertreten bestimmte Positionen in manchen Fragen, die ich nicht vertrete, aber in anderen Fragen dann wieder schon. Und so entwickelt sich, also so bekommst du ja ein gesamtes Menschenbild sozusagen. Also du hast dann so, weiß ich nicht, im Schnitt würde ich mal sagen, gute Freunde muss ich vielleicht auf so eine Quote kommen von 70, 80 Prozent Überschneidung, weil sonst kommt man sich einfach sehr häufig in die Quere. Bekannte, da reicht wahrscheinlich schon so irgendwie 50, 40 Prozent Überschneidung. Und ansonsten mit Leuten, damit ich überhaupt mit Leuten irgendwie klarkomme, da reicht mir eigentlich, dass wir sagen, ey, sind wir beide irgendwie auf dem Boden des Grundgesetzes, halten wir uns an die Regeln, die wir von diesem Land hier bekommen haben. Dann bin ich auch schon damit in Ordnung und ich gehe da nicht so hart ins Gericht. Ja, im Privaten triffst du solche extremen Leute, so wie diese Walken, über die wir gerade sprechen, überhaupt nicht. Also das ist jedenfalls mein Eindruck. Solche Leute gibt es eigentlich nur auf Twitter und auf Twitch und vielleicht noch in einigen Zeitungen. Aber das sind eigentlich die Bereiche und in der Politik, wo mir solche Leute aufgefallen sind. Und ja, also die Walken, die legen ja dann immer so Twitter-Threads von dir an, wo sie einzelne Aussagen aus deinen Videos schneiden und dann belegen wollen, dass du transfeindlich seist, danach rechtspopulistisch. Oder wieso bist du rechtspopulistisch? Kommen wir mal zu dem zweiten Vorwurf. Das ist, glaube ich, nur die Erfindung von Valdi. Also Valdi ist ein User, den habe ich so genannt, der einfach im Prinzip alles, was ich irgendwie mache, scannt, aufnimmt, screenshotet. Also im Prinzip ist er sozusagen einer, wenn er ein Journalist wäre, dann würde er sich den ganzen Tag nur mit allem beschäftigen, was ich tue und mache. Und ich weiß nicht, irgendwann hatte er den Take gebracht, dass ich rechtspopulistisch sei. Ich vermute, dass, also wie er kommt, wie kommt er darauf? Ich vermute, dass er eben diesen logischen Fehlschluss macht. Er schaut sich Rechtspopulisten an. Dann filtert er nach Themen und nach Positionen. Und wenn irgendjemand auch nur ansatzweise vielleicht mal bei einer, bei einem bestimmten Thema sagt, ja, da könnte ich aber schon auch diese Position nachempfinden oder so, dann legt er das sozusagen übereinander. Dann passt das Muster. Also er geht nicht auf die Argumente an sich ein, sondern eben, das ist ja immer dieses, letztlich kannst du fast alle diese Kritik auf Kontaktschuld, auf Positionen und so runterbrechen. Weil die Mühe macht sich ja kaum noch jemand. Oder das stimmt nicht. Man muss ja aufpassen, was man sagt. Also solche Leute machen sich nicht die Mühe. Wirklich mal ohne diese ganzen anderen Aspekte einfach mal ganz nüchtern und sachlich auf diese Fragestellung draufzuschauen und wie ich argumentiere. Ich meine, was ist das für eine Bezeichnung? Also das ist rechtspopulistisch. Ja, weiß ich nicht. Egal. Ich glaube, das ist denen egal, wie du argumentierst. Also die sehen dich als Feind, weil du die falsche Meinung hast und dann ist es egal, was du danach sagst. Also dann sehen die dich als Feind und dann musst du bekämpft werden. Ich meine, das ist ja auch das Interessante, weil die das ja immer deinen ganzen Namen schreibt für den Fall, dass du irgendwann dich vielleicht mal bewerben solltest, dass du irgendwas anderes machst als YouTube, dass du dann auch noch Konsequenzen erfährst. Also dass jeder, wenn er deinen Namen ziehen dann in die Google-Suchleiste eingibt, dass er dann direkt auf Waldis Tweets stößt und dann lauter schlimme Sachen über dich stehen. Ja, das ist schon, von der Idee her ist das schon ein bisschen krank. Also das ist schon, ja, da sind Vernichtungswille dahinter. Das kann man nicht anders sagen. Also es geht darum, ich bin jetzt irgendwie zum Feind geworden. Warum auch immer, da gibt es auch verschiedene Überlegungen, habe ich auch schon mal in meiner Bubble da gemacht, zu überlegen. In meiner Bubble, jetzt fange ich auch schon damit an, mit Freunden darüber diskutiert. Ich möchte mich von allen möglichen Bubbles distanzieren. Woher kommt diese Hassliebe von Waldi? Und wir sind auf mehrere Möglichkeiten gekommen. Also einmal ist es eine Enttäuschung. Wir gehen davon aus, oder ich gehe davon aus, dass Waldi einfach mal ein großer Fan von mir war. Und ich dann aber irgendwann, ja, auch mal Positionen verändert habe, Meinungen geändert habe. Und er einfach sehr stark in diesem Lagerdenken ist. Also er hat mich als jemanden gesehen, der für sein Lager kämpft. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Moment mal, ich sage Dinge, die werden von einem Lager sehr stark gefeiert. Und das fand ich auch schon wieder nicht gut. Ich will gar nicht kritiklos gefeiert werden. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Und dann habe ich so geguckt, okay, was gibt es eigentlich noch? Und so weiter. Dann habe ich mal andere Themen bereitet. Und dann war ich nicht mehr sozusagen ein hundertprozentiger Mitstreiter seiner Sache. Und dadurch bin ich halt in Ungnade gefallen, kann man sagen. Und ich glaube, man kennt das vielleicht, wenn man mal jemanden richtig gut fand und dachte, man ist so das Team und man wird von dieser Person enttäuscht, dann schmerzt das viel, viel mehr, als wenn das jemand macht, den du eh nicht magst oder mit dem du eigentlich nichts zu tun hast. Und dann wird da so eine persönliche Sache draus. Das merkt man ja. Das ist ja was ganz, ganz, da ist ja persönlich frustriert, angegriffen, verletzt oder so. Und wir wissen das alle, also wenn du emotional, persönlich davon betroffen bist, dann entwickelst du auf einmal Energien. Ja, die können ein bisschen beängstigend sein, weil so würde ja niemand vorgehen. Also selbst irgendwie ein Journalist, der sich mal einem Thema widmet, dann widmet der sich mal einem Thema und dann ist das nach, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen okay oder so. Das haben die Journalisten bei Belltower noch nicht gesehen. Ja gut. Ja doch, die habe ich mittlerweile auch schon ein bisschen verstanden, wie das halt funktioniert. Ich meine, am Ende können wir das alles darunter brechen, dass das sehr, sehr viel emotionaler Journalismus, das ist für mich auch kein Journalismus mehr, sondern das ist zu viel, zu viel hängt da mit Freund, Feind, gutes Lager, schlechtes Lager, die Guten, die Bösen. Ich glaube, da steckt ganz viel Rationalität hinter. Also ich glaube, die markieren diese Feinde, weil sie die auch wirklich als ihre Feinde sehen. Das ist ja so ein Politikverständnis, das wir eigentlich von der Neuen Rechten kennen. Von Karl Schmitt, Politik ist die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Wer der Feind ist, der muss halt möglichst vernichtet werden, um die eigene Position an die Macht zu bringen. Also das ist ein innerent demokratiefeindliches Politikverständnis, weil man so auch keine vernünftigen Diskussionen mehr führen kann. Und ich glaube, dass das bei Leuten wie der Amadeo Antonio Stiftung, die ja eindeutig diesem Wurkenlager zuzuordnen ist, beziehungsweise dem Anti-Deutschen, die sind ja in Deutschland mehr oder weniger verschmolzen, dass das da halt das normale Politikverständnis ist, was in diesem Lager halt überall so existiert. Dass das halt nichts Isoliertes ist, was du jetzt auf einzelne Hater schieben kannst. Ja, also ich gebe dir dahingehend recht, dass sie so agieren. Ich bin aber aktuell noch skeptisch, ob denen eigentlich diese, also du unterstellst ihnen ja im Grunde gerade so ein bisschen eine Agenda, oder? Dass sie das schon mit Wissen und mit Planen. Ja, selbstverständlich. So, und da, ja, da habe ich einen Zweifel. Und zwar, also, zum Beispiel, ein ganz kleines Beispiel. Ich war jetzt gerade auf der Gamescom. So, und da war auch ein Stand von der Amadeo Antonio Stiftung. So. Und der Imp, ich weiß nicht, kennst du ja wahrscheinlich, und ich, wir waren auf der Gamescom und der Imp ist halt knallhart, der sagt, komm, wir gehen da mal hin. Nicht so, okay, komm, wir gehen da mal hin. Dann sind wir da hingegangen und haben uns mal mit denen unterhalten und die haben uns das erzählt und so. Und ich, du merkst, also du weißt jetzt ja natürlich nicht, wer jetzt da im Stand stand, also wer das da genau war, ob das jetzt irgendwie auch nur Praktikanten waren, obwohl, ja, vielleicht arbeiten die auch fest da, keine Ahnung. Aber du hast gemerkt, die, da ist jetzt nicht irgendwie so ein perfider Plan dahinter, Ich habe nicht von perfide gesagt. Okay, Entschuldigung. Die glauben natürlich, dass sie für das Gute kämpfen, wenn sie eben diese Leute, die sie da bekämpfen, weil die denken, du bist böse, wenn sie das so richtig schreiben. Ja, genau, genau. jetzt hast du, genau, darum geht es, also, du merkst schon, dass sie so voller positiver Energie sind, ah, wir müssen doch was tun, wir müssen da dagegen, also gegen, weil denen so klar ist, das hinterfragen sie nicht mehr, es ist ihnen so klar, dass da böse Nazis überall sind. Und deswegen müssen wir das bekämpfen, ja. Und dann sind wir wieder immer bei diesem Punkt, du willst was Gutes machen und ich glaube denen, wenn du dir mit denen unterhältst, ich glaube denen, dass sie das wirklich selber denken, dass das gut ist. Ja, also so ein, so ein Mob von, jetzt nimm mal eine andere extreme Ideologie, sagen wir mal von Islamisten, der alle davon überzeugen will, einen Koran anzunehmen, sonst kommt da die Scharia-Polizei, der ist auch voller positiver Energie bestimmt da, das endet nichts daran, dass diese Ideologie inneren demokratiefeindlich ist. Absolut. Bei den Worten genauso. Ja, genau. Nur was ich halt, warum ich das betonen möchte ist, ich möchte auch denen, egal wem, zugestehen, dass es aus ihrer Sicht, ja, etwas Positives und Gutes ist, weil, sonst sehe ich so eine leichte Gefahr, dass man jetzt auch wieder einfach diese Leute, zum Beispiel bei der Stiftung oder irgendwen, dass man die auch jetzt einfach nur wieder als böse framt. Weißt du? Nee, es geht nicht um Böse. Die vertreten ihre Interessen, die vertreten ihre Ideologie und ich habe die jetzt gar nicht bewertet, ich habe nur beschrieben, was sie machen. Okay, die Ideologie, die finde ich auch falsch, aber die Methoden, also die ergeben sich ja aus der Ideologie. Ja, ja, weißt du, mir ist immer nur ganz wichtig, weil ich, ich kenne so ein bisschen die, die Dynamiken jetzt im Internet, selbst wenn du vor Ideologen warnst oder, oder erklärst, warum das falsch ist, dann, ähm, gibt es auch direkt wieder welche, die, die dann daraus sozusagen fast schon wieder eine Ideologie machen und sagen, wir müssen die bekämpfen. Und das, ich, also ich bin grundsätzlich für, für Deeskalationen und nicht für weitere Eskalationen. Deswegen versuche ich meine Worte dahingehend, also, ähm, nicht vergessen, auch einer, der bei der Amadeo Antonio Stiftung oder bei irgendeinem anderen, äh, oder, äh, im Woken Lager, also, oder diese Queer Feministen, wie, wie gesagt, versuch, dich reinzudenken, aus ihrer Sicht, ähm, wollen sie die, die Welt zu einem besseren Ort machen, ja, das, das wollen eigentlich, das ist mir, ehrlich gesagt, egal, ob sie die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Also, ich denke mich in sie rein, ich verstehe, was sie wollen und ich würde jetzt keinem Menschen, äh, schlechte Motive unterstellen, aber selbst, wenn er aus seiner Perspektive etwas Gutes will, ist das ja noch nicht aus meiner Perspektive etwas Gutes. Also, ich muss ja dann bewerten, was er macht, nicht das, was er will. Ja, das stimmt dir auch grundsätzlich zu. Ich will, ich habe nur gesagt, also, es sind so ein paar Sachen, warum ich immer so ein bisschen versuche, noch zu relativieren, dass, dass man eben nicht selber in so einen, in so einen Kampfmodus gerät, weil ich habe immer so, das, dann hast du immer dieses Problem, äh, du hast auch eben gesagt, die Woken, ja, da würde ich auch schon, ja, da würde ich schon fast sagen, also, ich mache das ja auch selber, aber, ich würde auch da sagen, du hast da auch wieder Abstufungen, ja, da gibt es Leute, die, die, die übernehmen vielleicht so ein, zwei Positionen und finden die ganz sinnvoll und sagen, ja, das ist doch eigentlich ganz gut, aber sind eigentlich nicht all in, die sind jetzt nicht so, wir müssen, queer Feminismus, wir müssen und so weiter, deshalb, du hast da schon Abstufungen. Da hätte ich mal eine Frage, würdest du sagen, dass die, die all in sind, dass man die dann einfach hohe Kisten nennen soll und die, die nicht all in sind, sondern die das meiste nur teilen, dass man die dann die Woken nennen soll? Also, wäre das eine vernünftige, Spezifizierung? Ich war, ja, das ist schwierig, also, ich überlege gerade, inwieweit ich hier auch nochmal so Gespräche erzählen darf und so weiter, du hast auch mit Dara gesprochen, so, wo würdest du den jetzt, wo würdest du den sehen, wenn du, wenn du jetzt schon einordnen willst, ich bin kein Fan von Schubladen. also, ganz hart im Woken, antideutschen Lager, ganz, ganz, also vor allem in diesem Woken, das hat sich ja in Deutschland sehr ungut vermischt, also, dass mittlerweile jede positive Bezugnahme auf Deutschland gleich als Nationalismus oder Rechtsextremismus oder noch schlimmer gilt, also, das ist ja, und jetzt, warte mal, jetzt, jetzt pass auf, jetzt haue ich mal einen raus, Dara, es tut mir leid, ich muss, ich muss dich gerade so ein bisschen verraten, ich habe auf der Gamescom, also verraten, auf der Gamescom habe ich mit ihm gequatscht, ja, also Dara hatte wenigstens, im Gegensatz zu vielen anderen auf der Gamescom, die, die mich auch immer hart angehen, die mich gesehen haben, aber dann, so beschämt auf den Boden gucken und weggehen, Dara hatte wenigstens die Eier und ist zu mir gekommen und wir haben halt zehn Minuten anständig miteinander geredet, ja, und jetzt, heile ich fest, und jetzt, Dara, es tut mir leid, ich muss das, ich muss das verraten, das ist sehr wichtig, Dara sprach, als in dem Gespräch, auch über die Woken, ja, also er sprach darüber, ja, Vorsicht, Vorsicht, also, also für die, die es nicht wissen, ich will das nur mal kurz sagen, damit spiele ich auch ein Zitat an, was er mal gebracht hat, also das war jetzt keine Unterstellung meiner Meinung nach. Okay, okay, also mir ging es aber um was ganz anderes, also selbst Dara in einem persönlichen Gespräch hatte sich schon als sozusagen den rationaleren Part dargestellt, als eine, Gruppe von Menschen, die super woke sind, ja, und das finde ich so spannend, also, das ist so ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, wie, ich war sehr überrascht, als er das gemacht hat, weil, weil ich jetzt auch gedacht habe, okay, ich dachte jetzt auch so, du bist all in Dara, aber anscheinend, auch er sieht das irgendwo, zumindest in einem, in einem privaten Gespräch, dann, ähm, wesentlich differenzierter, ich habe ihn dann auch gefragt, wieso höre ich diese Töne nicht in deinem Stream? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, ich bin ja immer ein Fan davon, nicht immer, äh, all in zu gehen, und zu sagen, und auch mal immer noch mal zu relativieren, jetzt nicht ständig, weil sonst, wenn du immer nur relativierst, dann sagst du irgendwann auch gar nichts mehr, dann hat das gar keinen Wert mehr, aber ich fand das so spannend, dass das selbst für Dara da wohl zumindest klar ist, ähm, er hat gewisse Positionen, meinetwegen, aber auf, auf seiner Sicht gibt es sogar noch welche, die, die das noch krasser sehen, ja? Das zeigt, wie tief ideologisch er drin ist, also, also es gibt ja tatsächlich einige, ja, aus der Antifa, wie viel Antifaschismus da tatsächlich noch vorhanden ist, kann man drüber diskutieren, die wirklich hingehen und Leute verprügeln, also da hat ja übrigens der Fall Lina eh Schlagzeilen gemacht, also wenn man sich mit solchen Leuten vergleicht, wenn man selbst keine physische Gewalt anwendet, dann ist man natürlich total gemäßigt, also, das stimmt. Ja gut, du kannst immer noch einen finden, der härter drauf ist, ja. Sag mal so, jeder Islamist, den du hier in Deutschland hast, der ist verglichen mit Osama Bin Laden wahrscheinlich total gemäßigt, aber das ist jetzt der Maßstab, den du anlegen solltest. Ja gut, aber guck mal, wir hatten gerade darüber gesprochen, wenn man sagt, die Woken, Wokisten und so weiter, gerade bestätigen wir doch, was ich sage, es ist eben ein Farbverlauf, es ist von bis, wo fängt es an, ich weiß es nicht, ja, manche sind vielleicht auch, lassen sich so im ersten Moment davon überzeugen, sind dabei und so, weil wenn man sich damit mehr beschäftigt, dann ist man dann vielleicht wieder raus, ich meine, das kannst du in allen diesen Bereichen sehen, nimm mal sowas wie Christentum, also ich finde so, ich finde so ganz viele Werte, die jetzt irgendwie von vor allem irgendwie so Jesus-Zitate und so, finde ich ja total gut, kann ich total mit leben, finde ich zweite, wie heißt es, ältere, neue Testament, finde ich eigentlich ganz, da sind so viele Sachen drin, je mehr du dann aber, weiß ich nicht, in die Tiefe gehst, würde ich irgendwann sagen, ach nö, weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie nicht mehr das, was ich so denke, und ich bin absoluter Religionskritiker, aber auch da ist ja so, dass ich sage, bestimmte Positionen kann ich gar nicht sagen, das ist ja nicht alles Quatsch, was da drin steht. Ja, das habe ich auch gar nicht gesagt, aber man braucht diese Schubladen, um dieses Phänomen überhaupt mal vernünftig einzuordnen. Früher hatte man so Begriffe wie linksliberal, was überhaupt nicht gepasst hat, ich meine, wir würden uns wahrscheinlich beide als linksliberal bezeichnen, oder? Zumindest ist das das immer, was bei mir rauskommt, wenn ich diesen politischen Kompass mache, dann kommt bei mir mal raus, dass ich linke Positionen vertrete, aber auch ganz stark autoritäre Systeme ablehne und eher liberal denke. Das würde dann links und liberal natürlich beinhalten, genau. Diese politischen Grundwerte des Liberalismus, also Demokratie, Rechtsstaat, dass man die gut findet, gleichzeitig eine eher linke Wirtschaftspolitik will, also nicht will, dass die Reichen immer reicher werden, also würdest du wahrscheinlich auch sagen. Aber das ist ja dann viel zu allgemein linksliberal, wenn das auf, ich sage mal, so mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung vielleicht zutrifft, oder sagen wir, vielleicht nicht mehr als die Hälfte, aber zumindest so einen großen Teil, dass damit dieses Phänomen nicht annähernd vernünftig beschrieben ist. Wenn man jetzt aber immer sagt, es ist ein Verlauf, dann hat man nichts, womit man es greifen kann, also braucht man irgendwann einen vernünftigen Begriff. Da gab es früher den Begriff Social Justice Warrior, was jetzt ein Anglizismus ist, den man nicht gut eindeutschen kann. Das ist der Begriff Walkismus, also den kann man viel besser eindeutschen. Das klingt wie eine politische Ideologie, die es ja genau beschreiben soll. Ja, das würde ich auch so sagen. Also wir können das ruhig machen und ich verstehe auch deinen Punkt, dass man sagt, man muss irgendwann mal auch mal irgendwie ein Label finden und man muss es einklammern und sagen, was gehört jetzt dazu, weil sonst kannst du das Phänomen nicht beschreiben, absolut. Ich möchte nur sozusagen so ein kleines Sternchen dran machen und dann eben noch dann dazuschreiben, aber vorsichtig beim Eintüten der Leute, ja, weil sonst macht man im Prinzip auch wieder das, was alle irgendwie gerne machen, dass wir dann zum Beispiel, wenn einer jetzt nur mal irgendwie eine Sache, sagen wir mal so, er hat völlig gemäßigte Positionen, aber gendert und dann würde man zum Beispiel sagen, ja, ein Walkist, so, dann muss ich sagen, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Also du kannst jetzt nicht alle, die irgendwie für eine, ja, die so ein bisschen soziale oder so Gerechtigkeit im Blick haben, die dürfen wir jetzt nicht alle in denselben Topf schmeißen. Das ist der einzige Punkt, warum ich das so ein bisschen versuche zu relativieren, weil sonst machen wir die gleichen Fehler, die wir anderen vorwerfen. Hashtag rechtspopulistisch, ja. Bin ich offensichtlich nicht, aber Waldi macht das halt, weil er jetzt denkt, so, ja, das ist halt für ihn dann einfach, ihn dort da reinzuschmeißen, in die Tüte, ne? Ja, also es gibt ja so bestimmte Sachen, also rechtspopulist, das ist aktuell noch etwas rufschädigendes, kann sein, dass das ein paar Jahren, wenn die AfD regiert, vielleicht eine ganz normale politische Bezeichnung ist, ich weiß es nicht. Das machen die ja, um eben rufschädigend zu agieren. Und, ja, also man sieht das von der Rechten auch an die andere Seite. Ich kriege häufig Kommentare, ja, Sozialist, Kommunist, also nur, weil ich beispielsweise mal etwas höheren Spitzensteuersatz gefordert habe oder gesagt habe, ey, ich finde Zentralbank ganz gut, ich will nicht irgendwie hier so ein komisches Bitcoin-Geld oder sonst was. Also, da sieht man die gleiche Radikalisierung und ich glaube, dass das auch sehr von der anderen Seite des Atlantiks rüber geschwappt ist, wo wirklich alles, was irgendwie so leicht links ist, als kommunistisch-sozialistisch bezeichnet wird, was da auch eine viel größere Tradition hat als hier in Europa. Ja, in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatten wir ja starke kommunistische Parteien, wir hatten sozialdemokratische Parteien, die in vielen Ländern regiert hatten, wir hatten eine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik und nie so einen fanatischen Antikommunismus wie in den USA, wo die Republikaner sich das jetzt auch, wo da auch eine gewisse Selbstradikalisierung stattfindet, immer mehr zu eigen machen, diesen Begriff jetzt für jede soziale Forderung anzuwenden. Also, ich glaube, damit hängt das auch zusammen. Und dann machen die Walken das jetzt nicht besser, wenn sie alles als rechtsradikal oder faschistisch auf der anderen Seite bezeichnen, was sie nicht mögen. Also, Rechtspopulist ist ja ja sogar noch harmlos. Ja, okay. Das kann man auch so sehen. Absolut. Bei uns ist es halt nur so, also, ich glaube, du kannst das ganz gut wirklich vergleichen. Also, bei uns ist sozusagen rechtspopulistisch genannt werden, ist ungefähr so rufschädigend, wie wenn du in den USA jemanden Kommunist beschimpfst, oder? Also, bei uns ist halt so, alles, was rechts ist, ist halt einfach noch absolut mit Schmutz versehen. Und ich glaube, in den USA, aber da bekenne ich mich jetzt nicht hundertprozentig aus, wäre so mein Eindruck, weil man, also in den USA habe ich mal irgendwann gehört, wenn du allein schon, wenn du eine Krankenversicherung für alle forderst, bist du schon irgendwie ein Kommunist. Ich sage ja, das wird von den Republikanern inflationär verwendet. Und das liegt halt, also, die USA hatten im Kalten Krieg wirklich McCarthy-Ära politische Verfolgung von Kommunisten. Die wurden aus hohen Ämtern entfernt, aus Kulturberufen ausgeschlossen, die durften nicht mehr ins Land einreisen. Also, sowas, was wir in Europa in der Form, also in der Gestalt, wir hatten ja auch Berufsverbote und so, aber so schlimm nie hatten. Ich bin es nicht in den demokratischen Staaten. Also, im faschistischen Spanien sah es jetzt natürlich nicht besser aus. Okay, aber, also, halten wir fest, auf der einen Seite müssen wir irgendwie Labels finden, um ein Phänomen irgendwie zu beschreiben. Gleichzeitig muss man immer aufpassen, dass man das nicht als Diffamierungstool nutzt. Und jetzt irgendwie, stellen wir mal vor, wir kriegen es hin, dass allen klar ist, okay, dieser sehr stark ideologisch getriebene Wokismus ist ein Problem. Und wir würden, alle würden so davor zustimmen und sagen, es ist ein Problem. Und dann könntest du ab dem Zeitpunkt natürlich jede Bemühung irgendwie was zu verbessern oder so, könntest du ja dann auch so framen, ah, da ist wieder so ein Wokist. Das eben dann nicht machen. Die Gefahr hast du halt immer auf allen Seiten, haben wir aber, glaube ich, jetzt geklärt, oder? Ja, ja, aber der Wokismus, das dient ja auch dazu, um das von, wie gesagt, anderen linken Phänomenen abzugrenzen, dass man nicht solche schwachsinnigen Begriffe wie Kulturmarxismus oder Gleichkommunismus oder sowas hat, die dafür überhaupt nicht zutreffen, die völlig andere Phänomene beschreiben, beziehungsweise Kulturmarxismus kann man darüber streiten, dass das überhaupt kein Phänomen beschreibt, sondern dass das einfach nur ein rechter Kampfbegriff ist, der früher häufiger verwendet wurde und der heute, wo es halt diesen Begriff Wokismus gibt, mit dem sich wahrscheinlich auch die meisten Linken anfreunden können, dass der jetzt nicht mehr verwendet wird. Also ich finde, der Begriff Wokismus, der trägt sogar zu einer Versachlichung der Debatte, vor allem auf rechter Seite, weil wir die Rechte jetzt endlich einen Begriff haben, mit dem sie das vernünftig titulieren können, wenn sie es kritisieren. Es gibt ja die Lager, also die werden wir auch nicht abschaffen. Ja, ja, okay. Wenn du eine andere Politik willst, dann führt kein Weg daran vorbei, dass du Lager bildest. Also Partei ist ja ein Lager. Funktioniert schon, weil das ist eine Parteiendemokratie. Ja, ich, da fällt mir immer noch ein hartes Gespräch ein, was ich mit Sepp von Vorpolitisch geführt habe. Ich mache ja jetzt hier so YouTube und Meinungsblogging seit zweieinhalb Jahren und ich komme immer mehr zu dem Punkt, dass ich sage, ich möchte auch gerne vorpolitische Diskussionen führen, Debatten führen. Also das heißt, dass wir Phänomene einfach mal besprechen, bevor wir sie in politische Lager packen, bevor die politischen Lager sozusagen den Standpunkt für sich beanspruchen. Weil wenn wir das immer zu schnell machen, also du nimmst irgendeine Thematik und sofort ist klar, ja, damit ist die in die Position, dann verhinderst du ja im Prinzip auch eine freie Debatte darüber. Und das finde ich irgendwie, das ist nicht mehr mein Punkt. Also da habe ich keine Lust drauf. Deswegen, ich kann das von meiner Seite aus sagen, ich werde es ja auch nicht verhindern können. Leute werden meinen Content sehen und sie werden immer versuchen, irgendwie das Ganze so einzuordnen. Ist er da oder ist er da? Das werde ich nicht verhindern können. Ich kann halt von meiner Seite aus sagen, ich spiele in keinem politischen Lager aktiv mit. Ich bin in keiner Partei. Ich werbe für keine Partei. Ich möchte Dinge einfach nur mir anschauen, analysieren, besprechen, kritisch betrachten. So, Punkt. Ich kann es auch nicht ändern, was Leute daraus machen. Ich kann mich halt einfach nur, ich kann von meiner Seite auch nur sagen, ich distanziere mich davon, dass das irgendwie, ich bin in keinem politischen Lager. So, was du daraus machst, ist deine Sache. Also du hast doch vor, ist jetzt schon länger her, aber du hast doch mal ein Video gemacht, wo du gesagt hast, dass ich wähle die Grünen aus den und den Gründen, oder? Exakt. Das würdest du heute nicht mehr machen? Nein. Das würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde keine Empfehlung mehr ausgeben. Ich würde keine, das ist sozusagen die Entwicklung, die ich definitiv gemacht habe. Ich verstehe natürlich auch, dass aus einem, sagen wir mal, ein Grüner oder so hat das gesehen. Der fand das natürlich super. So, in dem Moment, wo ich sage, ich mache das nicht mehr, bin ich ja nicht mehr in seinem Lager und dann geht in seinem Kopf natürlich sofort die Mühle los oder das Getriebe fängt an zu bearbeiten. So, okay, wo ist der dann? Und dieses Nicht-Verorten-Können ist ja für viele Menschen ganz unangenehm. Wenn du nicht weißt, diese Ungewissheit ist für viele Menschen eine Qual. Für mich persönlich ist das keine Qual. Ich habe eine sehr, sehr ausgeprägte Ambiguitätstoleranz. Ich komme mit Widersprüchlichkeiten, komme ich sehr gut aus. Ich komme damit klar. Ich finde das ja auch spannend. Ich denke mich da immer gerne rein. Und dass das aus Sicht von so jemandem so aussieht, als hätte ich mich jetzt irgendwie in eine andere Richtung bewegt, das kann ich verstehen. Aus meiner Sicht heraus ist es aber nicht so. Ich habe mich eher sozusagen, ich habe einen Schritt nach hinten gemacht. und will das aus der Vogelperspektive mehr betrachten und mich nicht auf eine Seite schmeißen. Ich glaube dieses, dass man erst mal guckt, ist der ungefährlich oder so. Das hängt mit diesen inflationären Kontaktschild-Vorwürfen zusammen. Also man muss ja auch erst mal gucken, bevor man einen Artikel von irgendwem teilt. Am Ende hat der vor 20 Jahren irgendwas Schlimmes gesagt. Und dann wird man jetzt sein Leben lang dafür verantwortlich gemacht, dass man einmal einen Artikel da von dem geteilt hat. Also das ist so, das ist diese Radikalisierung des Diskurses, die vor allem, so beobachte ich das, von den Antideutschen und von den Walken kommt. Hauptsächlich. Also natürlich verwendet es auch andere Lager. Nein, da gebe ich dir absolut recht. Also ich sage mal so, auch das Phänomen findest du auch auf der anderen Seite. Also es gibt dann immer wieder Leute, die dann natürlich auch sagen so, ja, aber vor 20 Jahren, da war sie mal in der kommunistischen Partei oder vor 30 Jahren hat sie mal das oder derjenige das gemacht. Da muss man sagen, das ist derselbe Vorwurf, ja. Vor allem immer, wenn du damit kommst und sagst, vor x Jahren hat irgendjemand mal das verfasst, das gemacht oder war mal dort, dann lässt, also ich finde, ich habe da kein endgültiges Urteil zu, aber man muss eines bedenken, wenn man das sehr stark macht und zulässt, dann akzeptiert man ja auch gar nicht, dass sich Menschen ändern können oder dass Menschen ihre Position noch ändern können. Weil wenn du sagst, er hat mal irgendwie vor 5 Jahren, 6 Jahren, also ich mache die Zeitspanne im Übrigen noch viel, viel kürzer, weil ich gehe davon aus, dass viele auch nicht mehr dieselbe Position vertreten wie vor 2 Jahren. So, das heißt, was ist für mich ein Artikel wert oder was ist für mich ein Tweet oder eine Aussage wert von jemandem, der 2 oder 3, 4 Jahre alt ist? Ich weiß nicht, ob er dieselbe Position heute noch vertritt. Ich weiß nicht, ob er damals vielleicht in einer Lebenssituation war und viel Sachen gehört hat. Das weiß ich alles nicht. Mich interessiert viel mehr ein enger Zeitraum auf das Hier und Jetzt. Was sagen Leute heute? Was sagen die Leute jetzt? Das ist für mich relevanter. Ja, aber es reicht ja nicht, also ich würde diesen Ansatz komplett teilen, aber es reicht ja nicht, wenn wir beide den haben, wenn beispielsweise viele Zeitungen das dann eben nicht machen und dann die Personen, wenn sie dann öffentlich mal irgendwie groß rauskommt, wenn sie dann, die dann mit solchen Vorwürfen schlecht schreiben, die aus der Vergangenheit stammen. Ja, das sind, also wir können es doch mal ganz konkret machen. Die Aiwanger-Geschichte gerade. Wie ist denn da seine Position? Also Aiwanger, ich weiß nicht, wissen alle Bescheid? Er distanziert sich davon und er war es auch nicht. Also laut eigener Aussage. Also es ist reine Verdachtsberichterstattung, ohne dass ein Beweis vorgelegt wurde. Es ist genauso albern wie das mit der Rammstein-Thematik. Es ist genauso albern wie das mit Luke Mockridge, wo jetzt halt nicht irgendwas Sexuelles, sondern halt so ein Flugblatt aus der Schulzeit. Also es ist lächerlich. Es ist komplett lächerlich. Okay, also jetzt kann ich, also müssen wir, das ist ja kein Geheimnis. In dem Moment, wo du dich so positionierst, wird man dir... Das heißt so positioniert ist das Verdachtsberichterstattung. Ich habe mich dazu inhaltlich noch gar nicht geäußert. Ich habe nur gesagt, dass ich solche Verdachtsberichterstattung lächerlich finde. Genau, okay, genau. Aber wir wissen ja beide, was daraus gemacht wird. Daraus würde jetzt gemacht werden, ah, okay, du findest solche Flugblätter nicht schlimm. Das wird daraus gemacht. Ich glaube, das kann man sogar anzeigen, weil das ja eine so ösiziable Falschbehauptung ist, aber... Ja, aber wir wissen doch, wie es läuft. Das ist doch genau so. Dann würde man... Und dann wirst du dahin gedrängt und dann heißt es, ja, jetzt sag doch mal was dazu. Und dann denke ich mir immer, ja, was ist das für ein No-Brainer? Was soll ich denn dazu sagen? Ja, guck dir das Flugblatt an. Es ist ekelhaft. Ja, brauche... Ja. Keine Frage. Ja, Ende der Geschichte. Aber gut, ich sehe das auch so, diese Art und Weise. Die überzeugt mich jetzt auch nicht, aber wir können ja mal ganz allgemein sprechen. Hältst du es für irgendwie relevant, dass man sowas mal... Also ob... Nehmen wir Aiwanger jetzt raus, weil wir wissen ja nicht genau. Das werden wir auch niemals rausfinden. Jetzt hat der Bruder irgendwie gesagt, ich war es, ja. Ja, damit ist er entlastet. Das wäre vor Gericht klare Entlastung, wenn ein anderer sagt, ich war es. Okay, gut, genau, genau. Aber wir können es ja jetzt abstrahieren. Nehmen wir mal Aiwanger raus. Würdest du sagen, ist das irgendwie relevant für... zum Einschätzen einer Person, wenn ich weiß, er hat mal vor... Das ist jetzt, glaube ich, 35 Jahre her oder so, so ein Blatt verfasst. Ist das für dich irgendwie... Spielt das irgendwie rein? Wie gesagt, also für mich ist es irrelevant. Aber die Frage ist, wie das die Gesellschaft auch, was wir irgendwie das relevant... Bei Politikern sind es die Medien. Bei dir jetzt, wenn du später nach YouTube noch was anderes machen willst, dann wärst du ein zukünftiger Arbeitgeber. Also da ist nicht relevant, was ich denke, sondern da ist es relevant, was die Personen denken, von denen du dein wirtschaftlich abhängig bist. Ja, und wie würdest du... Ja, aber ich möchte trotzdem an der Stelle einmal, weil ich möchte gerne von dir dann auf... Also wir gehen von deiner Position mal dann auf eine Position von vielen. Ich frage dich jetzt trotzdem nochmal. Macht das bei dir gar nichts, wenn ich jetzt irgendwie sage, du kennst irgendeine Person und ich sage dir, vor 30 Jahren hat die dieses Flugblatt verfasst? Also wenn du das sagst, bräuchtest du erst mal Beweise, weil ich dir jetzt... Vergiss mal, Albanger. Ich beweise es dir. Es ist so. Es ist wirklich so. Wir gehen mal davon aus, es ist so. Hat das eine Relevanz für dich? Eine Person... Dann würde ich gucken, wie sich die Person jetzt dazu äußert. Ob sie sagt, das verurteile ich, das war ein Fehler. Also ich meine, Sarah Lee Heinrich, die hat ja, das ist ja noch ein bekannteres Beispiel, vor ein paar Jahren übelst rassistische Aussagen gebracht und da... Die hat dann gesagt, ja, davon distanziere ich mich, würde ich heute nie mehr so sagen und da würde ich auch sagen, ja, ist okay, gut. Also würde ich jetzt ja auch nicht mehr vorhalten. Genau, also das heißt, das heißt, ja, wir sind uns leider einfach zu einig, ich versuche hier gerade so ein bisschen noch... Es geht ja nicht, wie gesagt, ich glaube, wir beide sind nicht relevant. Relevant ist das, was die Personen daraus machen, von denen man dann wirtschaftlich abhängig ist. Und die Medien, die funktionieren eben nicht nach dem, was wir beide wollen oder nach dem, was die Mehrheit will, sondern nach dem, was die wollen, die die Medien besitzen. Also im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da gibt es ja keinen so richtigen Besitzer, sondern da kontrollieren die Rundfunkräte mehr oder weniger, was da gemacht wird. Und bei Privatmedien, ja, die sind halt in dem Besitz von Großkapitalisten und die entscheiden dann letztendlich darüber, wie die Blattlinie dort ist. Okay, pass auf, aber man kann ja mal, also, wenn wir das anständig mal formulieren und sagen zum Beispiel, jetzt war es Sarah-Li Heinrichs erwähnt, sie hat mal echt sehr, sehr merkwürdige Takes gebracht, sie distanziert sich heute davon. Und ich wäre auch dabei, dass ich sofort sage, mich interessiert die Sarah von heute. Was sagt sie heute? Und dann ist auch für mich, dann irgendwann mal, man muss auch mal gut sein lassen, wenn wir ewig lange nachtragend sind, wie gesagt, dann lassen wir Menschen auch nicht, dann geben wir Menschen nicht die Chance, sich auch zu verändern. Wenn sie sich verändern, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja, klar, man kann auch immer irgendwas schauspielern oder man kann einfach lügen. Guck dir Anetta Kahane an, also der würde schon das vorwerfen, was sie vor ein paar Jahren noch gesagt hat. Okay, da weiß ich jetzt gerade, da bin ich nicht im Fall drin. Versäumnis nach der Wende, dass ein Drittel Deutschlands weiß geblieben sei. Also so wurde sie in der Zeitung zitiert. Das ist schon, und angesichts dessen, was die Amateur-Antonio-Stiftung heute anrichtet, würde ich dir das schon noch vorhalten. Okay, gut, beziehungsweise man könnte dann ja auch nachfragen, wie stehen sie heute zu dieser Aussage. So, aber worum es mir geht ist, du hast gerade gesagt, es ist irrelevant, was wir beide, wie wir beide das sehen. Ich sehe das nicht ganz so, weil ich glaube, in dem Moment, wo man vormacht, dass man zum Beispiel anständig miteinander reden kann oder auch Leuten eine Idee gibt oder zu zeigen, hey, man kann das Ganze auch so betrachten, dann verbreitet sich ja auch dieses Wissen daraus. Also dann sagen Leute, okay, stimmt eigentlich und dann vielleicht im nächsten Gespräch sehen auch die Leute oder die Befreundeten von denen auch das so und du hast eben zum Beispiel so Rundfunkräte und so weiter angesprochen oder Redaktionen bei Nachrichtensendungen oder Zeitschriften oder auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sind ja am Ende auch nur Menschen. Biologisch gefestigte Menschen, die genau da sitzen, weil sie eben eine bestimmte Weltanschauung haben. Pass auf, auch hier kann ich dir wieder so ein bisschen, ich muss mal aufpassen, was ich sage, ich kann dir noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich kenne mittlerweile Leute, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Ich kenne da auch verschiedene Instanzen, also Leute, die jetzt irgendwie nur so keine Ahnung, so Internetjobs da irgendwie machen, aber auch ein bisschen höherer schon Redaktionsgeschichten und so und ich sehe, dass sie, dass viele von denen, das, was du ihnen jetzt vorwirfst, ideologisch getriebene Arbeit und so weiter, dass ihnen das gar nicht selber bewusst ist. Die nicht ideologisch getrieben. Also ich habe ideologisch gefestigt gesagt, okay, ich glaube, ich muss das besser erklären. Also die ideologisch ungefährlich sind, die nicht wollen, dass sie die Verhältnisse, die nicht groß am Status quo rütteln wollen. Also im öffentlich-rechtlichen. Ja, okay. Also, wenn du eine Umfrage rund vom Grad der ARD machen würdest, wie stehen sie zu Waffenlieferungen an die Ukraine? Ich würde mit dir wetten, da würde ein höherer Prozentsatz rauskommen als in der Durchschnittsbevölkerung. Wenn dann eine Umfrage gemacht würde, wie stehen sie zum Gendern? Ich würde wetten, da kommt ein höherer Prozentsatz raus als in der Durchschnittsbevölkerung. Sowas meine ich. Ja. Ja, klar. Ganz ehrlich, da stimme ich dir zu, weil sonst hättest du ja auch nicht diese Diskrepanz zwischen dem Programm und den Aussagen, die man halt so sieht mittlerweile und der Umfragewerte zu solchen Themen. Ja, das klafft ja teilweise brutal auseinander. Und das ist natürlich so, dass du so gesehen über einen längeren Zeitraum wie könnte man es sagen, man hat eigentlich schlecht rekrutiert. Also, was heißt schlecht? Nicht schlecht. Also, man hat entsprechend dem rekrutiert, was man brauchte, um eine bestimmte Agenda zu pushen. Ja, ich habe dazu auch mit einem Kollegen gesprochen, der auch diesbezüglich da so ein bisschen recherchiert hat und er sagte, das ist manchmal aber auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil du hast das Problem. Jetzt ist es mittlerweile so, für viele ist schon klar so, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, sag ich mal, wie würdest du das formulieren? Also, eher woke vielleicht? Woke Neoliberalismus, progressiver Neoliberalismus. Das möchte ich gar nicht so im Allgemeinen sagen, aber zumindest so. Wirtschaftlich, klar neoliberal, also da habe ich auf meinem Kanal auf zahlreiche Beiträge reagiert und immer die gleichen Mechanismen. Ja, die Rente wird knapp, die EZB soll gefälligst die Zinsen anheben gegen die Inflation. Ja, der Staat, da muss sich auf jeden Fall die Schuldenbremse halten. diese ganzen neoliberalen, ja, ganzen neoliberalen Erzählungen, die werden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertreten und es kommt so gut wie nichts Kritisches. Es gibt einen Wirtschaftskanal von Funk, also es gibt mehrere, aber so richtig mit Wirtschaftspolitik, hauptsächlich beschäftigt sich keiner von denen. Also, sage ich das jetzt mal sehr vorsichtig, was kostet die Welt, heißt der, der wird natürlich von der FAZ produziert. Also, ganz klar neoliberal. Also, das kann man nicht anders sagen. Auch diese Diskussion bei 13 Fragen, manche sind ausgewogen, andere, wie beispielsweise das zur Rente, zur Aktienrente, das war ganz klar neoliberal. Habe ich auf meinem Kanal eine einstündige Analyse. Also, da wurden die Gäste schon so rekrutiert, dass keine zwei Meinungen gezeigt werden sollten, sondern dass es quasi sechs gegen einen waren. Also, fünf Diskussionsteilnehmer, gar auf welcher Seite sie jetzt standen, plus der Moderator gegen Ines Schwertner, also die Einzige, die da die Gegenposition eingenommen hat. Da gibt es ja die legendäre Folge mit dem Body Positivity, wo man wirklich, Ja, ich sage ja, Braucher-Liberalismus. Ja, Also, da sahst du, glaube ich, auch das Verhältnis. Es gab den einen Arzt, Felix, der hatte eine wissenschaftliche Position und dann hatte der, ich glaube, sogar insgesamt dann ja sieben gegen sich oder sechs. Also, inklusive der Moderatorin, die ja eigentlich neutral sein sollte. So, aber worum es mir geht ist, ohne da jetzt auch wieder zu krass Schubladendenken zu vollziehen, du hast ein bestimmtes Bild. Und jetzt hast du halt das Problem, es bewerben sich auch nicht mehr andere Menschen da mittlerweile. Ja, es bewerben sich genau die Menschen, also sie ziehen diejenigen an, die sie, also verstehst du, das ist so ein selbstverstärkender Effekt. Ja, und das ist ein großes Problem. Sie rekrutieren auch aus einem ganz bestimmten Milieu, aus einem ganz bestimmten Milieu. Also sie rekrutieren ja eher nicht bei Arbeitern, sondern eher bei Akademikerkindern. Ja, natürlich, natürlich. Und die sind völlig anfällig für diese Woke-Bewegung. Das ist ja auch so ein elitäres Ding eigentlich. Ja, es kommt aus Hochschulen und so weiter, diese ganze Gender Studies und so und so fort. Und du hast dir irgendwann jetzt, hast du dir ein selbstverstärkendes Problem geschaffen, weil du nicht mehr ausgewogen rekrutiert hast. Und das siehst du vor allem beim Öffentlich-Rechtlichen noch, das siehst du vor allem in diesen Internet-Formaten. Ja, weil ich würde sagen, die Oldschool-Sachen, die kriegst du wahrscheinlich schon gar nicht mehr mit, also was im Fernsehen oder auf DLF läuft, ist wesentlich ausgewogener. Deutschlandfunk ist wesentlich... Deutschlandfunk, das ist... Ist so. Vergleich das mal mit dem, was du an Internet-Formaten bekommst.